Sie gehen auf Abstand in Absprache mit dem Robert-Koch-Institut, denn ich bin eine Virenschleuder. Ich bin noch ansteckend, da kann ich nichts riskieren. Wann waren Sie zuletzt so richtig amtlich besoffen mit Filmriss und allem? Auf jeden Fall bin ich jetzt nicht besoffen genug, um das zu verraten, aber es ist nicht allzu lange her. Filmrisse, so erinnert man sich natürlich nicht. Durch dieses Rheinländische klingt es immer gleich so breit, aber ist geil. Wie schaut es eigentlich bei euch im Prenzlauer Berg mit Parkplätzen aus? Wird jetzt besser, weil jetzt wird ja abkassiert. Und daher gibt es jetzt, also das Ordnungsamt hat die Kloppereien, wir haben die Parkplätze. Kommen Sie ein bisschen näher rein, so toll sprühe ich gar nicht mehr. Werden Sie Patenonkel von Andrea Nahles' Tochter Ella Marie? Ich glaube, der Job ist schon vergeben. An wen? Christian Lindner? Nein, nein, um Gottes willen. Aber auf jeden Fall. Ziggy macht's, oder? Nein, nein, auf keinen Fall. Ich mach's. Steht nicht zur Verfügung. Aber 2810 Gramm und wird großartig. Das ist ein widerlicher Applaus. Das finde ich immer so, das ist so kurz vor Mutterschaftskreuz, als wenn Frauen sich immer Applaus für die Grammzahl abholen, die sie... Ich bin ja keine Frau, also das ist... Hammer. Trägt Ihre Partnerin eigentlich auch Fliege? Also noch nicht und die Fliege gefällt ihr nicht. Subtilster Bestechungsversuch eines Pharma-Lobbyisten, an den Sie sich erinnern? Um ehrlich zu sein, ich kriege regelmäßig Fliegen geschenkt, das ist allerdings nicht allzu klug. Bayer? Nein, nein, um Gottes willen. Man sieht ja, dass das eine ganz andere, bessere Ware ist. Welche Rockband haben Sie zuletzt live gesehen? Live gesehen, gute Frage. Eine Sekunde. Moment, Moment, Moment. Also die live... Jetzt ist es schwer für ihn. Er muss jetzt noch was sagen, was gut ankommt, aber auch ein bisschen stimmt. Ja, ja. Machen wir mal weiter. Machen wir mal weiter. SPD-Parteivorsitzender Lauterbach? Das ist also... Der Job ist super besetzt und wird auf absehbarste Zeit überhaupt nicht mehr verkannt. Da gibt es ja auch wenig Fluktuation. Das hoffen wir wenig. Telefonieren Sie eigentlich auch beim Fahrradfahren? Ich fahre selten Fahrrad und von daher erinnere ich mich nicht. Ist es eigentlich amtlich, dass Handy-Telefonieren keinen Krebs macht? Amtlich nicht, aber es ist so. Gibt es eine Stadt in Deutschland, wo die Menschen so sprechen wie Sie? Äh... Noch nicht. Es brennt zu lang. Frau Lauterbach, Sie als Mediziner. Warnen Sie, wie alle Mediziner, auch so nachdrücklich vor Vic Medinite? Soll eine Bombe sein. Vic Medinite bringt nichts aus meiner Sicht. Also die Studienlage ist so, dass es also im Prinzip, also ich will hier keine Abwerbung machen, aber ich wüsste, wie ich das Geld besser einsetze, also für ein schönes Gläschen Schnaps oder einen Rotwein oder so. Dr. Karl Lauterbach. War Ihr Schönheitsideal, wie bei allen Medizinstudenten in den 80ern, auch Sascha Hehn? Nein, also Sascha Hehn, da sage ich immer nix zu, sonst kriege ich Abmehnung. Für was genau bewundern Sie den amerikanischen Soziologen John Rawls? Also John Rawls, jetzt ohne Scherz, war jemand, den ich also geschätzt habe, weil er war der letzte, der eine durchgehende, sagen wir mal, philosophisch begründete, kluge Gesamtsicht von links sein gebracht hat, ohne dass er in den Kommunismus abgerutscht ist oder bla bla war. Was sagt man beim Friseur, damit man das kriegt, was Sie da auf dem Kopf tragen? Der Friseur sagt erst einmal von vornherein, Sie haben ein Problem, Haar. Ich sage, dafür brauche ich nicht Sie, das weiß ich mittlerweile. Und dann identifiziert er drei bis vier Wirbel und kriegt nachher doch keinen Schnitt zustande. Wissen Sie zu viel? Niemand weiß zu viel. Ihre Grußbotschaft an Ihren Namensvetter Heiner? Also er steht der falschen Partei nahe. Wer denn? Er steht der Union. ZDF? Na was? Ja, ZDF und Union sind auch nahe, das ist auch richtig. Was? Man muss sich jetzt empört zurück. Der Koch macht doch jetzt in Baumaschinen, das ist doch alles schon wieder viel besser. Wenn Sie ein Vöglein wären, dann welches? Äh, ein Rabe. Wollen wir uns setzen? Dr. Karl Lauterbach.